Lala, haben wir da noch einen? Einen? Keinen? Gut, dann haben wir hier keinen mehr drin, aber, jetzt gehen wir mal ein. Okay, hier ist noch ein Bettchen. Ah, die Winde. Gut. Ja, jetzt ist auch Gorn da. Dankeschön, Gorn. Bist ein echter Held. Aber, weil ich jetzt so uns das Mana wieder zurückholen möchte, gehen wir mal hier pennen und dann aber auch gleich wieder volles Leben. Speichern wir gleich mal. Gorn. Hallo. Hallo. Ende. Bis später. Bis später, okay. Gut, dann gehen wir mal hier rein und hoffen mal auf die Verderbnis. Ach, du. Ja. Ja. Ach, wie schön. Wie schön, dass es hier gleich weiter geht mit diesen... Ach, ja. Ach, ist doch herrlich. Ein Spaß für die ganze Familie. Mann. Du kommst rein und das erste, was du abbekommst, ist ein Bolzen. Ein Bolzen von einer Armbrust des Todes. So, jetzt lassen wir erst mal Gorn ein bisschen rumklenken. Ey, 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 ey. Genau, Gorn. Hau rein. Ja, doch so ein Party-Modus ist doch sehr interessant mit den Leuten. So, okay, jetzt holen wir uns noch mal ein bisschen Licht, wahr? Ja, Gorn, da guckst du da. So. Leichte Armbrust. Na, 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 na. Mindcrawler-Suppe. Oder war das eine Schuppe? Gut. Ähm, auf alle Fälle käme es praktisch, uns erst mal zu heilen. So, der eine, der bewegt sich da immer noch. Ich glaube aber dennoch, dass er tot ist durch seine, durch seine Tage. Äh, ja. Suppe, die da, in die er liegt. Wollt. Hä? Kann mir jemand mal sagen, was Gorn dazu veranlasst, uns anzugreifen? Souverän gemeistert, Junge. Haha, souverän, ja. Ich bin echter Konfliktbewältiger. Ich hoffe, Gorn ist uns jetzt nicht böse. Na okay. Gut, hat mal Glück. Ich dachte, jetzt kommt Gorn wieder an und haut uns um. Okay. Gut, den hätten wir. Ja, den hätten wir ebenfalls. Noch vier EP-Punkte. Dann haben wir es. Dann haben wir den Kreis der Magie beschritten. Nachdem Saturas uns endlich gesagt hat, was wir da verändern müssen. Wie wir da uns gefügig machen müssen der Magie, damit wir es da wirklich nutzen können. Okay. Feuer, Sturm, ein Feuer, Sturm, ein Feuer, Sturm. Leichte Armbrust, Bolzien, Gardist. So, Gorn scheint da unten sich zu verkeilen. Schön. Kann man ja auch mal bringen, ne? Man ist ja auch bloß ein NPC. Ein Non-Player-Character. Ich glaube, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen zurückgehen würde, käme. Rein theoretisch, da gleich noch ein Gardist um die Ecke würde jagt. Ja. Ja, das ist, das ist Hammer. Hau ihn doch raus, Junge! Also ganz ernsthaft, Leute. Der castet Ewigkeiten, um diesen scheiß Feuerzauber zu wirken. Und dann tötet er die noch nicht mal beim ersten Schuss. So. Und wenn man da noch einen zweiten casten möchte, dann wird man dann immer unterbrochen durch diese ganze Kacke, die die anderen reinwirfen. Ja. Rein wirken. Und ja, und hier dann da ein Zauber nach dem anderen um die Ohren, oder beziehungsweise Bolzen. Und wir haben ja noch nicht mal so einen Zauber von wegen, Achtung, Schutzrüstung. Das war relativ easy peasy war das. Ah, da unten mein Quarter Warrior! Wir bekommen IP, das ist doch schon mal geil. Das heißt, dass Gorn irgendwo rummetzelt. Ich bin aber mal gespannt, wo wir den Ork finden werden. Weil das ist immer noch so eine Sache, deswegen sind wir ja hauptsächlich hier. Die Befreiung der Mine, ja. Ach du Scheiße. Ist natürlich auch eine super Sache. Das hätten wir. Hier hätten wir zwei Schuppen endlich bekommen. Ich bin mal gespannt, wie viel Wolf braucht. Wie viel Schuppen. Viere hätten wir ja schon mal. Okay, auf das Bier verzichte ich jetzt einfach mal. Viere hätten wir ja, wenn wir da oben den Minecrawler noch ins Tag... Ah ja, da haben wir es. So, Auswahl bekommen. Da hoch. Ich geh mal gucken, wo Gorn lang geeiert ist. Weil der muss doch irgendwo vorne sein. Oder da unten sogar. Gut. Ich hau mir jetzt noch ein paar Eidränke hinterher. Wir haben ja jetzt genug gefunden. Cool. So, speichern. Jetzt zücken wir noch mal das Licht. Peng! Okay, das scheint jetzt hier wieder so mein Quarler-Bau zu sein. Ah ja, hier hat er gewütet anscheinend. Also ich finde diese Musik eigentlich relativ episch von Gossip. Hey. Ja doch, Gorn hat hier schon so einiges umgehauen. Ist doch schon geil, jetzt mal hier so zu kämpfen, ne? Ja. Ich glaube eher nicht. Wenn man einen Krieger dabei hat. Genau, der kann das natürlich machen. Okay. Hey, hier ist der Ork. Was geht ab, Ork? Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten tötet alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gachlug. Bitte helfen. Tarok verletzt. Was sind Gachlug? Was bedeutet Gachlug? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gachlug gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten. So, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gachlug mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst Tarok sterben. So, ja, äh, äh, Moment. Wir hatten auch da noch ein paar Gesprächsoptionen. So. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Okay, hier. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Okay, gut. Ich muss mal. Dann suchen wir mal diese Medizin, ne? Mana-Trunk. Speichern. Gorn ist leider nicht in der Nähe, oder? Hat hier jemand Horny-Gorny gesehen? Bitte nicht. Nee, da haut er uns nicht, oder? Nee, da haut er uns nicht in. Ich muss weiter. Fremder K... Man müsste sich als Magier stärker zaubern können. Das ist ein Baff. So ein Baff. Um mal solch gesichern, hier einfach mal so aus dem Maul zu hauen. Ohne Problem. Es wär's doch einfach mal. Es wär praktisch. Es wär echt praktisch. Und wenn ich nämlich jetzt hier wieder mit so einer... Mit solchen Spirenzchen anfangen würde, von wegen... Ach, dann beschwöre ich mir doch mal ein paar Skelette. Ich glaub nicht. Ich glaube nicht. Nein.